Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von MyJarrodsWorld. In dem heutigen Video zeige ich euch meine Zu-Plus-Bestellung. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und let's go! So sieht meine Bestellung auch schon aus. Ich mache sie jetzt einmal schnell für euch auf. Ja, so schaut sie aus. Und dann packen wir das mal aus. Als erstes haben wir hier natürlich Polstermaterial. Ich habe jetzt auch nicht so viel bestellt. Deswegen, ja, genau. Dann ist hier einmal die Rechnung. Ist eigentlich auch nichts Besonderes. Und dann kommen noch die Sachen, die ich mir geholt habe. Und zwar ist das einmal diese Korkröhre hier, die ein bisschen sehr komisch aussieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist halt so eine Wucherung drauf. Und das ist von Trixi, die Korkröhre in der Größe M. Ich finde die Form echt schön, nur ich muss sie jetzt erstmal noch ausbacken. Und ja, das solltet ihr auch immer machen, wenn ihr neue Gegenstände habt. Backt die auf jeden Fall zur Sicherheit immer einmal aus. Dann habe ich natürlich mir noch eine Korkröhre mitgenommen. Wir wollen hier gerecht sein zu meinen Rennmäusen. Wie gesagt, auch Trixi Korkröhre Größe M. Diese hier sieht allerdings ein bisschen besser aus. Nur sie hat halt oben noch ein Loch reingebohrt, was mich sehr wundert. Aber es ist, wie es ist. Und ja, die habe ich mir dann auch noch mitgenommen. Dann habe ich mir noch etwas Kleines mitgenommen. Und zwar die Größe S, eine Weidenbrücke. Ja, kann man jetzt nicht groß viel zu sagen. Ist halt voll praktisch, Weidenbrücken sollte man auf jeden Fall daheim haben. Ja, ansonsten habe ich mir noch von J.R. Farm Ratatouille mitgenommen. Das ist halt getrocknetes Gemüse. Ja, kann man jetzt nicht groß viel zu sagen. Sind halt 100 Gramm. Und das habe ich mir mitgenommen, weil es bei mir halt leer gegangen ist. Und Mäuse mögen das eigentlich auch recht gerne. Und ja, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ansonsten, die beiden letzten Dinge ist dann noch dieses Zweierpack von diesen Leitern. Vielleicht kennt ihr das. Das wird ja auf ZUPLUS immer angeboten. Und die kann man eigentlich auch immer ganz gut benutzen. Halt bei Etagen oder so etwas. Und ja, davon habe ich mir dann halt zwei, also dieses Zweierpack mitgenommen. So, der Karton ist jetzt auch schon leer. Und damit ist beim Video jetzt auch schon zu Ende. Das ging echt schnell. Aber ich habe ja auch nicht viel bestellt. Ja, dann hoffe ich sehr, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, ich hoffe dann, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.